Okay! So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier was Vernünftiges auf die Reihe gestellt bekommen. Scheiße! Ach! Eieieiei! So, dass mich das jetzt vor so eine Herausforderung stellt, hätte ich jetzt selber nicht gedacht. Ich meine, dass es Lemmings... Ich mach mir ein bisschen Sorgen, dass wir nicht irgendwann auch hier zu hoch sind. So, jetzt brauch ich aber mal einen Blockierer. Scheiße! Naja, das waren zu wenige. So... Ich weiß halt nicht, ob das reicht. Mir wär ja lieb, wenn ja... Nein! Fuck! Ach... Nein! Oh... Oh... Okay... Ähm... Bitte 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 bitte! Ja! Oh... Oh... Entschuldigt, meine Freunde... Oh... 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 Naja, no problem, nicht ganz, also 40 Lemmings, okay, das heißt, das Level ist extrem schwer. Ist das dein Ernst? Ach du Schei... Ach, fuck. Hahaha, wie lustig. Scheiße. Nein, bau den in die andere Richtung. Ah, okay, jetzt bauen gleich zwei in die andere Richtung. Hey, das lief doch gut. Und dauert gar nicht mal so lang. Kleine Entschädigung für das letzte Level. Okay. Hun... 100% okay. Also, Ausgang ist da oben. Und wir müssen nach da unten. Hä, und? Das ist jetzt... Was? Ich kann mich nach unten graben. Toll. Ach, nee. Ihr seid ja... Kacke. Ich weiß, wenn man hier runterfällt, ist man tot, wenn man hier runterfällt, nicht. Ah, icy, icy, icy. Und ich muss genau warten, bis alle hier auf dieser Geraden sind, weil... Sonst haben wir nämlich ein Problem. Das will ich direkt mal ausprobieren. Nein, nein, ich muss 100% safen. Scheiße. Das ist ja ziemlich dumm, oder? Kann man das... Nee, ich kann das nicht neu starten. Und ich kann's auch nicht vorspulen. In der Remake-Version, die ich hab für... Die man runterladen kann, auch auf chip.de zum Beispiel hab ich das gesehen. Ähm... Da brauchst du aber, wie gesagt, Windows XP dafür. Ähm... Könnten wir eigentlich vielleicht auch mal spielen. Das sind dann die Levels, die auf dem Amiga gespielt wurden, aber geremaked. Also, das ist eine andere Konsole und alles ein bisschen hochauflösender und so. Könnte man sicherlich mal machen. Na toll, und ich brauch 100%. Na, sorry, das tut mir jetzt leid. Da ging der Spieltrieb mit mir durch. So, wie gesagt, wir müssen warten, bis die möglichst weit hinten sind. Sonst haben wir wahrscheinlich nicht genug Slots zum Graben. Und die sollten wir dann doch nutzen. So, kleinen Moment, ich trinke mal was. So lang könnt ihr die Musik genießen. Die ist doch ganz gut. So, und da bin ich auch schon wieder. Ja, aber viele dürfen es nicht mehr sein. Man könnte es echt extrem knapp machen, wie man sieht. Kriegen wir einen Pixel hin? Ne, komm. So späße treiben wir jetzt nicht. Das Level haben wir schon einmal gesehen. Was ist das eigentlich? Ein Schwein mit Hörner? Aber es ist schon cool, wie aus einem, wie gesagt, Hobbyprojekt, beziehungsweise einfach nur der Idee, wir machen doch einfach mal ganz, ganz kleine Spielfiguren, so ein Kult-Game wird. Also, jeden, den ich kenne, kennt dieses Spiel. Halt. Das war die falsche. So. Und dann bauen wir auch gleich weiter mit Treppen. Ich weiß nicht, ob wir noch Probleme... Oh, 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 oh. Es ist weit. Und das sind fünf Minuten? Ähm. Das ist nicht ganz euer Ernst, oder? Shit, ich glaube, das war dumm. So, man kann sich ja direkt hier gerade durchkrabben, hoffe ich. Oha, oha. Ja, das geht aber, da muss man ja nicht oben drüber, weil ich wollte jetzt eigentlich hier oben hier zwar durchgraben, aber wenn das hier komplett geht, dann ist es natürlich easy. Dann brauchen wir jetzt hier wieder bloß die Treppen und wir brauchen auch keine Fallschirm im ganzen Spaß. Nein. Ah, Leute. Als wären wir unendlich... Was soll das denn? Ah, komm. Wehe. Nein. Nein. Okay. Oho. Oho. Scheiße. Stopp. Nein. 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 Wie kommen wir denn jetzt hier wieder raus? Scheiße. Kann man... Ah, man kann doch neu starten. Jöööö. Super. Naja, jetzt wissen wir ja, wie es geht. Auf gar keinen Fall zu früh mit der... Äh... Zu spät mit der Treppe anfangen. Was ich jetzt hier tue? Ganz einfach. Äh. In Backup. Ganz einfach in Backup. So, mein Junge. Jetzt bauen wir hier ein schönes Trepple. Mit den Leuten ist es auch viel übersichtlicher, wer wo, wann steht, läuft, in welche Richtung er läuft. Das ist doch sehr relevant. Sehr relevant. Und so passen dann auch nicht so Späße wie gerade eben. Eheh. Und so passen dann auch nicht...